hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal der weltjugendtag ist jetzt mehrere wochen her und es ist doch so dass sich viele immer noch gedanken darüber machen was da eigentlich genau gelaufen ist wie es gelaufen ist ich hatte zu dem thema auch zwei videos abgedreht einerseits ging es mir um die veranstalter die durch das programm und auch durch die fortmeldungen die vorab eben in den medien laut wurden das ganze vom aspekt der neuevangelisierung zum aspekt der in des interreligiösen dialogs tendieren oder umorientieren wollten doch sah man natürlich dass man als teilnehmer des weltjugendtags einfach wählerisch sein musste und einfach schauen musste wo kriege ich dennoch wirklich katholische inhalte her wo gibt es die guten katholischen wo kann ich auch auf jeden fall mit gnade beschenkt nach hause fahren und das hat sich eben auch dann bestätigt ich habe auch ein zweites video gedreht da ging es mir eher darum wie gehe ich mit damit um wenn ich missstände sehe bei solchen veranstaltungen also nicht dass ich dann auf die welt auf die teilnehmer losgehe und sage ihr kommt alle in die hölle und das ist da natürlich auch unterschiedliche dinge zu beachten gibt es gibt einerseits die veranstalter es gibt die bett den weltjugendtag als grundkonzept es gibt die jugendlichen die da hinkommen es gibt die priester die den messen beiwohnen etc also da gibt es natürlich ganz ganz viele dinge zu beachten ich habe versucht in dem video eben diese vielschichtigkeit zu zeigen wurde dann irgendwie sogar als neokonservativ bezeichnet das war irgendwie ein bisschen komisch nur weil ich gesagt habe wir können jetzt nicht aufeinander losgehen und dabei ging es mir inhaltlich genau um dasselbe da habe ich ja überhaupt gar nichts zu gesagt dass das nämlich natürlich ein no go ist mit dem allerheiligsten so respektlos und lieblos umzugehen ist klar deshalb habe ich gesagt das ist nicht mal der rede wert ich glaube das ist uns allen klar mir ging es eher um die haltung wie gehe ich als personen dann um wenn ich das alles sehe und was da alles schief läuft wie gehe ich damit um wie reagiere ich und wie ist da dann die haltung die richtige haltung auch zum beispiel gegenüber den jugendlichen aber gut auf jeden fall warum spreche ich über dieses thema und warum fange ich jetzt wieder mit dem weltjugendtag an ich habe in diesen letzten wochen sehr viel nachgedacht insbesondere deshalb weil diese missstände sich in im kontext der eucharistie gezeigt haben wie gehe ich mit der eucharistie um und das war ja auch eigentlich der aufhänger für diese ganzen diskussionen innerhalb der katholischen spektren sag ich mal auch gerade auf youtube und ich habe einfach versucht diese dinge so ein bisschen zu ordnen zu systematisieren und versucht das alles so ein bisschen runter zu schreiben da haben sich nämlich auch in den sozialen medien so paar grund ausrichtungen herauskristallisiert die möchte ich alle auch noch berücksichtigen und habe versucht das ganze jetzt erst mal zusammen zu bringen und möchte das einfach heute mal mit ihnen teilen für die die es nicht mitbekommen haben beim weltjugendtag gab es einige faux pas also faux pas klingt so nach einer lapalie es waren keine faux pas das waren wirklich ganz schlimme dinge die da schief gelaufen sind so hat man zum beispiel den herrn in ikea schüsseln ausgeteilt und da gab es eben unterschiedliche reaktionen drauf die einen haben dann so gesagt das kann man mit dem herrn doch nicht machen das ist total unwürdig für den herrn ist das beste gerade gut genug und andere wiederum haben so gesagt ja das kann sein aber der herr ist ja trotzdem auch in der armut des stalls auf die welt gekommen und er braucht den prunk ja auch gar nicht und diese armut ist vielleicht gar nicht mal so schlecht das waren zum beispiel eben zwei ausrichtungen die so mit natürlich einigen nuancen und differenzierungen immer wieder kamen aber vielleicht erst mal noch zu dieser sache denn ich habe in der zwischenzeit so ein bisschen was erfahren wieso das überhaupt passiert ist es ist so es gab im vorfeld wohl anscheinend so wurde mir erzählt ich habe das jetzt nicht nachprüfen können denn ich habe dazu nichts mehr gefunden leider auch auf der seite des weltjugendtags nicht irgendwie ich habe nirgendwo was dazu gefunden mir wurde erzählt es gab im vorfeld eine ausschreibung eine art wettbewerb ein design wettbewerb für die gestaltung der horstchen schalen und dann hat dann wohl jemand diesen wettbewerb gewonnen und hat dann eben diese designs produziert für den weltjugendtag und das waren weiß nicht wenn ich ein bild finde dann blende ich ihnen das jetzt ein man hat also ein schlichtes design gewählt das sehr glatt ist ohne großen großes geschnörkel oder so und in perlmut man kann auch sehen da sind so klappen oder deckel eher klappen zum schutz der hostchen das problem war wohl wie gesagt so wurde es mit zugetragen dass man von diesen schalen zu wenig produziert hat oder es zu spät aufgefallen ist dass man gerade für die abschlussmesse für diese großmessen für die wirklich großveranstaltungen einfach viel zu wenig liturgische geräte zur verfügung hatte und so musste man dann ganz schnell agieren und irgendetwas finden also man musste schnell etwas auftreiben um genug zu haben für die anzahl der teilnehmer oder der zu erwartenden teilnehmer und deshalb ist es dann so blöd gelaufen dass man ausgerechnet ikea schlüsseln besorgt hat es war absolut nicht gut gelaufen ich möchte damit überhaupt gar nichts in schutz nehmen denn auch in dieser situation hätte man anders reagieren können man hätte ja zum beispiel die ganzen kirchen ringsum abklappern können und von ihnen die ganzen liturgischen geräte dann ausleihen können oder irgendwas anderes auf jeden fall wählen können als diese billigen ikea schalen und dann auch noch mit so einer ja klarsicht folie drüber das war einfach oder frischhalte folie also es war nicht nur ein logistischer fail das war auch irgendwie schon wiederum ein zeichen dafür dass man vielleicht von denen die dafür zuständig waren nicht so das gespür für das heilige voraussetzen konnte aber wie gesagt so oder so war das nicht gut wie gesagt ich habe sehr viel über diese ganze sache nachgedacht einerseits der arme christus und dann eben der andere gedanke die würdige stätte des herrn und während ich darüber nachdachte kamen mir dann so mehrere dinge in den sinn einerseits eine differenzierung und zwar habe ich die freiheit meine liturgischen geräte zu gestalten habe ich die freiheit oder bin ich vielleicht in not vielleicht in todesgefahr oder mir fehlen die mittel weil ich einfach arm bin ich glaube dass das dass diese frage welche art von liturgischen geräten und generell alles was die in der kirche so ist was so prunkvoll ist was was immer wieder auch kritisiert wird von außen ich glaube dass diese dinge von dieser von dieser frage abhängen habe ich überhaupt die freiheit habe ich die wahl mir selber auszusuchen durch die umstände durch die mittel die ich habe etc und ich glaube dass diese differenzierung vor allem dort relevant wird wenn wir jetzt an bestimmte schicksale denken an bestimmte biografien zum beispiel wo priester im gefängnis im kz in gulags oder wo auch immer unter schwierigen umständen heimlich die heilige messe feiern mussten da gibt es sehr viele beispiele für dass sie dann mit einem tropfen wein in der hand oder mit einem krümelchen brot oder so die messe heimlich feiern mussten unter diesen umständen also es ist natürlich eine notsituation und man kann absolut überhaupt nichts dafür und dann ist es klar dass man wirklich die armut des herrn eigentlich vor augen hat und nicht den prunk und so weiter unter diesen umständen ist ja klar dass man auch bestimmte liturgische vorgaben auch gar nicht einhalten kann also zum beispiel die beschaffenheit des brotes wie die sein soll das ist ja genau geklärt oder auch wie der messwein hergestellt werden soll dafür gibt es ganz klare vorschriften die können natürlich in unter diesen umständen nicht eingehalten werden man hat auch keinen ordnungsgemäßen altar oder sowas oft dient in solchen situationen die pritsche als altar die frage ist ist jesus in dieser situation weniger anwesend natürlich nicht es gibt einen besonders heftigen fall und zwar vielleicht kennen sie diesen vietnamesischen kardinal franz xaver Nguyen Phantuan der hat 24 jahre lang die messe mit drei tropfen wein und einem tropfen wasser in seiner handfläche gefeiert 24 jahre lang ein anderes beispiel und zwar jetzt für den prunk also für die andere seite sozusagen wie ich auch schon in meinem video über den weltjugendtag gesagt habe gibt es heilige die haben für sich selbst nichts behalten zum beispiel der pfarrer von aas der hat eine neue hose von irgendwen geschenkt bekommen und bei der ersten gelegenheit sah er irgendwo also wo er irgendwo einen bettler sitzen sah hat er mit ihm die hose getauscht und er lief dann mit der komplett zerstörten hose dieses bettlers rum der hat auch eine woche lang von abgekochten kartoffeln sich ernährt also er hat die gekocht und hat die eine ganze woche lang gegessen also das war eine zeit lang da hat er es wirklich sehr extrem gehalten dann waren die schon so sogar verstimmelt oder so dann ist er schon ein bisschen davon abgerückt wiederum nicht mehr ganz so radikal und doch hat er sich so ernährt der hat für sich selber gar nichts großartig in sich investiert auch das pfarrhaus da hat er glaube ich auch die ganzen möbel die ihm zur verfügung gestellt wurden verschenkt oder verkauft ich weiß gar nicht mehr genau die einzelheiten aber zum beispiel hat so ein pfarrer von aas oder natürlich auch franz von assisi der einen bettelorden gegründet hat das sind heilige die haben für sich selbst nichts gelassen die haben wirklich ein bitterarmes leben geführt aber sie haben alle mittel zusammen gekratzt um das beste für die liturgie auftreiben zu können nur die besten paramente die besten gewänder die besten also alles für den altar hostienschale und kelch und patene und alles das war alles so wirklich immer das beste weil sie gesagt haben die armut endet an der altar stufe und für den herrn können wir nicht anders als immer nur das beste zu wählen also der prunk hat mit dem herrn zu tun und damit wie viel der herr einem bedeutet welche bedeutung welchen wert man ihm zu weist und ein anderes beispiel natürlich aus dem alten testament und zwar wenn sie einfach mal schauen die ganzen vorgaben zum tempel in jerusalem dass da wirklich das ganze jahr konzentrisch aufgebaut war das heißt von außen nach innen immer heiliger wurde und inmitten des tempels in der mitte das allerheiligste die bundeslade mit den tafeln mit den bundestafeln auf denen die zehn gebote stehen und je mehr man eben auch dann dem allerheiligsten kam so dann die vorschriften sollten bessere materialien verwendet werden also wenn sie einfach mal schauen aus welchen materialien die bundeslade hergestellt werden soll da ist gold da ist akazienholz nicht irgendein holz da wird wirklich mit ganz ganz wertvollen dingen gearbeitet weil hier der herr selbst anwesend ist also ein schmuckstück ohne gleichen dieser diese bundeslade weil sie ja als der thron gottes gilt aber wir sind jetzt diese zwei richtungen miteinander in beziehung zu setzen einerseits sehen wir ja dass dieser prunk nicht bedeutet dass wir verschwenderisch sind sondern wir sind halt verschwenderisch in unserer liebe zu gott und weil wir ihn so sehr lieben geben wir dafür auch gerne geld aus also dafür investieren wir in den herrn so gut wir können ohne dass wir selber halt in uns investieren im besten fall und andererseits sehen wir dann aber eben auch diese notsituationen oder andere situationen in denen diese mittel gar nicht da sind und da wirklich die messe im verborgenen auf ganz ganz einfache art und weise stattfindet also es gibt ja zum beispiel auch vor einigen jahren haben sie das vielleicht mitbekommen da gab es einen sterbenskranken polnischen priester der auf dem sterbebett geweiht wurde und eine messe feiern konnte und der lag auf seinem sterbebett der hatte kaum noch kraft aufzustehen der konnte in dieser position nur die heilige messe feiern und das war ja etwas das ist auch sehr berührend das ging ja durch die medien und da frage ich mich dann zum beispiel wäre er eben nicht in der situation gewesen nicht sterbenskrank gewesen hätte er sich doch bestimmt gewünscht in einer herkömmlichen kirche auch mit in anwesenheit seiner liebsten und der ganzen gemeinde etc. seine primis zu feiern und auch schon die priesterweihe er hätte das bestimmt anders machen wollen wenn er es gekonnt hätte aber es war eben nicht möglich und so ist er eben auf dem krankenbett geweiht worden und hat dort eben seine messe gefeiert ohne einen richtigen altar wenn die möglichkeiten gegeben sind also sie merken es geht hier darum wir haben immer eine sehr arme liturgie eine sehr einfache liturgie in situationen in denen sehr oft eben eine not gegeben ist irgendwie man eingeschränkt ist irgendwelche umstände dafür sorgen aber wenn die möglichkeiten gegeben sind dann bemühen sich ja jene die verstehen was in der liturgie passiert zum beispiel die heiligen um wertvolle gewänder um paramente wie gesagt um liturgisches geschirr um eine kirche also die bauen auch kirchen schöne kirchen ein sie bemühen sich um einen schönen geschmückten altar und wo ein wille ist ist auch ein weg also das ist so die haltung die man bei den heiligen dann auch sieht oder bei menschen die das einfach verstehen also bei den offiziellen und inoffiziellen heiligen sagen wir es mal so und zwar im laufe der kirchengeschichte immer wieder auch besonders die monstranz ist dahingehend wichtig also wo wir die hostie die konsekrierte hostie den herrn selbst einsetzen damit er angebietet werden kann und warum ist die monstranz so wichtig weil sie den leibhaftig präsenten herrn präsentiert monstrare nicht umsonst monstranz deshalb auch dieser einsatz von gold sehr oft oder meistens sind natürlich monstranzen aus gold und in der christlichen symbolik wird auch oft die monstranz in sonnenform dargestellt warum weil sie hinweisen soll auf den herrn der in ganzer macht und herrlichkeit hier ist darum geht es in ganzer macht und herrlichkeit in der liturgie ist es ja so dass der himmel auf die erde geholt wird das sagen die ersten christen lesen sie mal die kirchenväter da geht es immer wieder darum dass wenn wir hier auf erden eucharistie feiern himmel und erde sich berühren gleichsam wir eigentlich den himmel betreten weil wir einstimmen in den himmlischen gottesdienst mit allen engeln und heiligen ganz verdichtet passiert das natürlich im sanctus deshalb sagt der priester eben unmittelbar bevor wir das sanctus singen oder sprechen dass wir mit allen engeln und heiligen das also den herrn loben und preisen und wenn sie so ein bisschen die verschiedenen stile anschauen die verschiedenen architektonischen aber auch also künstlerischen stile der letzten jahrtausenden dann sehen wir dass besonders der barockstil dahingehend gut war für die menschen weil er ein hohes katechetisches potenzial hat barock lebt ja ganz besonders von diesen ganzen deckenmalereien und auch die hochaltere das war ja katechese in bildern weil viele menschen ja gar nicht lesen oder schreiben konnten damals und so hat man dann verschiedene szenen biblische szenen vor allem dargestellt oder auch heilige dargestellt um den menschen etwas mitzugeben eine botschaft mitzugeben und oft ist es so dass die deckenmalereien himmlische szenen darstellen damit die menschen das wirklich begreifen dass erstens wenn sie in eine kirche reinkommen in ein gotteshaus aber umso mehr wenn sie liturgie feiern wirklich am meisten kontakt mit dem himmel haben in der liturgie und ich glaube das ist ein wichtiger punkt den wir nicht vergessen dürfen dass wenn wir nach unseren möglichkeiten das möchte ich immer dazu sagen nach unseren möglichkeiten kostbare materialien verwenden alles wirklich schmücken und nicht nur um der schönheit willen also aus ästhetischen gründen sondern auch aus katechetischen gründen und ich möchte damit nicht sagen dass jetzt barock das einzig wahre ist und der barock ist das beste und alles andere ist nicht gut ich habe nur versucht anhand des barocks oder auch des rococo stils da ist es sogar noch extremer oder ausgeprägter extrem klingt so negativ das sind stile in denen einfach dieser katechetische wert wirklich ausgeschöpft wird bei anderen ist das natürlich auch der fall auf andere weise aber ich wollte einfach ein besonders zugespitztes beispiel wählen bitte verstehen sie mich nicht falsch also wenn wir nach unseren möglichkeiten den raum also das hausgottes gestalten können wir am besten auch vermitteln den menschen vermitteln was die bedeutung der liturgie ist wer hier jetzt gerade anwesend ist und dass wir verstehen dass hier in der hostie nicht einfach gewöhnliches brot ausgeteilt wird wie ein keks wenn wir zum beispiel eine goldene hostienschale haben oder eine patene sondern dass der herr selbst hier da ist christus selbst leibhaftig und zwar der christus der die sonne der gerechtigkeit ist das sehen wir dann besonders an der monstranz dafür möchte ich aus theologischer sicht eine sache anbringen über die ich fast am meisten nachgedacht habe und zwar ist es so der herr ist gekommen bei seinem ersten kommen in der armut des stalls von bethlehem der messias auf denen die ganze menschheit gewartet hat und was wir im alten testament alles lesen ist gekommen bei seinem ersten kommen in der absoluten armut er hat seine gottheit verborgen um in der einfachheit des menschen zu leben hier auf erden um alles durchzumachen was der mensch durchmacht damit er alles erlösen kann was der mensch eben was beim menschen erlösungsbedürftig ist und so war er uns gleich oder ist uns gleich in allem außer der sünde und das hat er durchgezogen bis zum tod und bis zur auferstehung diese entäußerung da ist eben dieser begriff der kenosis kenosis ist der theologische begriff dafür und durch das ganze leben hindurch hat jesus die armut gepredigt ja und in seiner nachfolge sollen wir das auch tun das hat auch ein Papst Franziskus sag ich schon Franz von Assisi gemacht das hat auch Pfarrer von Ars gemacht also auch jene die gerade sich so sehr bemüht haben um eine punktvolle liturgie um reich geschmückte kirchen in denen wirklich dem herrn nur das beste da gebracht wird und wir wir beten und glauben ja aber jetzt nun dass christus von den toten auferstanden in den himmel aufgefahren ist und beim herrn ist und dass er wieder kommen wird am ende der zeiten und bei seinem zweiten kommen kommt er in macht und herrlichkeit nicht mal als der entäußerte arme christus auch wenn er seine gottheit seine menschheit nicht abgelegt hat er ist mit gottheit und menschheit verbunden genauso wie er das eben auch auf erden war im himmel also er legt seine menschheit nicht ab und doch ist es nicht mehr so wie auf erden er ist verherrlicht dass er seine gottheit verbirgt ist nun wieder von ihm genommen also deshalb wird es auch so ein heftiges ereignis sein wenn er wieder kommt alle werden es sehen alle werden erschrecken vor der herrlichkeit gottes also es ist nicht mehr so wie vorher und diese diese verherrlichung die durften ja einige apostel sogar ganz kurz sehen nämlich auf dem tabor als jesus verklärt wurde genau das ist eben dieser kurze moment gewesen wo sie seine ganze identität schauen durften das was er eben verborgen hat bei seinem ersten kommen weil das eben zum erlösungswerk gehörte jesus hat uns versprochen er ist bei uns alle tage bis zum ende der welt und er wird wiederkommen wie gesagt und jedes auge wird ihn sehen er kommt jetzt schon immer wieder in jeder heiligen messe er löst sein versprechen jetzt schon sakramental ein er kommt in jeder liturgie durch die kraft des heiligen geistes die der priester in persona christi wiederum also jesus selbst bewirkt das mit hilfe des heiligen geistes auch dass er in unsere welt hinein kommt in unsere schöpfung sichtbare schöpfung auch wenn nicht mehr in menschengestalt aber in eucharistischer gestalt und welcher christus ist das der hier kommt und das ist jetzt eben das entscheidende der arme christus oder der verherrlichte christus welcher christus ist in der liturgie da und davon hängt ab wie wir liturgie gestalten wenn er aus der ewigkeit in unsere welt hineintritt dann kommt er als verherrlichter christus er ist mit seiner ganzen herrlichkeit bei uns realpräsenz bedeutet dass christus da ist ganz wirklich da ist mit leib und seele gottheit und menschheit und weil das so ist können wir nicht umhin ihm ihn halt wirklich angemessen willkommen zu heißen so wie wenn ein könig in voller montur erscheint seine untertanen sich vor ihm verneigen und ihm respekt zeigen braucht das der könig nein die untertanen brauchen das und so ist es auch mit christus er braucht vielleicht den prunk nicht weil gott in sich schon herrlichkeit ist er strahlt heller als die sonne er ist herrlichkeit schlechthin und hinter dieser herrlichkeit verblasst alles alles nichts hält diesem wunderbaren licht dieser gnade dieser reinen gnade stand gott braucht das nicht wir brauchen es wir brauchen es als ausdruck unseres unserer ehrfurcht und unserer liebe gegenüber dem herrn darum geht es und genauso mit dem bild der hochzeit wenn es eine hochzeit gibt und wir haben die möglichkeiten und so weiter und so fort dann versuchen wir doch irgendwie das schon schön einzurichten dass es festlich aussieht dass braut und bräutigam sich freuen können dass sie angemessen willkommen geheißen werden dort wo eben die hochzeit stattfindet und so ist es mit dem bräutigam christus denn die heilige messe ist nichts anderes als die sakramental vorweggenommene hochzeit des lammes der bräutigam kommt und das heißt nicht umsonst in der johannes offenbarung dass die braut sich für ihren bräutigam geschmückt hat und das tun wir wir schmücken alles wo es was zum schmücken gibt im besten fall auch unsere seele wenn wir den herrn dann zu uns in unsere kammer des herzens hinein lassen denn jeder einzelne von uns empfängt den herrn ja in der kommunion und dementsprechend wollen wir uns auch dort schmücken und uns bereit machen und das tun wir zum beispiel indem wir im stand der gnade sind gebeichtet haben und nicht im zustand der todsünde den herrn empfangen aber was ich damit sagen möchte ist wenn wir also die liturgie gestalten und auch festlich gestalten gute materialien benutzen je nachdem wie es eben möglich ist immer unter dieser bedingung und deshalb dürfen wir auch gar nicht andere verurteilen andere gemeinden verurteilen vielleicht haben sie die mittel nicht oder sie haben nicht verstanden oder die ästhetik das ästhetische gefühl ist dann vielleicht auch nochmal ein eigenes video wert oder eine eigene geschichte sagen wir zumindest so aber wenn wir also die mittel haben dann dürfen wir und sollten wir diese auch für die liturgie verwenden wenn wir einen wenn wir einen gewissen etat haben als kirchengemeinde dann sollten wir uns auf die liturgie konzentrieren und nicht darauf dass das gemeindezentrum besonders schick aussieht sondern dass wir ein schönes evangeliar zum beispiel auch mal in ein schönes evangeliar investieren in dem das wort gottes drin steht also gerade das evangelium wo jesus selbst spricht um den menschen damit zu vermitteln das ist das wort gottes und das wort gottes fassen wir in ein besonders schönes buch damit ihr versteht das ist jetzt nicht nur irgendein text der vorgelesen wird sondern der herr selbst möchte zu uns sprechen zu jedem einzelnen ins herz hinein eine botschaft geben oder wie gesagt liturgisches geschehen gute altardecken schöne gewänder die auch wiederum so ein reiches potenzial bergen für katechese auf der man auf denen man wirklich so tolle botschaften auch abbilden kann und es gibt auch so gute möglichkeiten es gibt so viele liebevolle ordens also frauen die wunderschöne gewänder sticken also auch wunderbare schöne marianische gewänder oder so da muss man keine abstrakte kunst drauf machen und meinen ja das ist jetzt zeitgemäßer oder sowas das ist finde ich eine vertane chance aber gut anderes thema wie gesagt das ganze thema der ästhetik und des geschmacks das ist auch noch eine sache über geschmack lässt sich natürlich nicht streiten aber auch hier ist dann eben die geschmacksfrage in diesem kontext beschränkt weil es nicht nur um geschmack geht sondern auch wie gesagt um den katechetischen wert um ehrfurcht bei sakraler kunst geht es immer noch mal um andere fragestellungen also mir war es wichtig zu sagen unabhängig von ästhetischen detailfragen etc. dass hier der verherrlichte christus in unserer mitte ist und dementsprechend müssen wir ihn auch willkommen heißen nicht weil er es braucht sondern weil wir es brauchen und weil es auch unser ausdruck der anbetung ist der wertschätzung des glaubens wir brauchen das die gläubigen brauchen das um zu verstehen wie wertvoll die heilige messe ist aber was ist nun mit den gefangenen im gefängnis oder den sterbenskranken priestern auf dem sterbebett liturgie ist wie gesagt zu einem großen teil gestaltet von menschen die zumindest die rahmenbedingungen schaffen auch wenn christus derjenige ist der was tut der das entscheidende tut der einzig wahre hohe priester das handelnde subjekt der für uns beim vater einsteht und deshalb ist auch die eucharistie die höchste form des gebets weil nicht wir beten wir beten auch das allgemeine das gemeinsame taufpriestertum tritt in beziehung zu dem weihepriestertum aber das entscheidende damit christus wirklich da ist etc. dass die gaben gewandelt werden und so das hängt von christus ab beziehungsweise seinen geweihten dienern die in seiner person das sind die die sich zur verfügung stellen ihre hände ihren mund für die einsetzungsworte zur verfügung stellen aber christus ist es der hier eben wirkt aber so viel der mensch also wie gesagt auch den rahmen gestaltet gott ist am werk und er ist natürlich nicht gebunden an den grad an prunk den wir verwenden er ist nicht daran gebunden was die gläubigen dazu tun er ist auch real präsent im gefängnis wenn ein priester heimlich die messe in seiner hand feiert er ist auch da genauso real präsent bei einem sterbenskranken priester der mit letzter kraft die einsetzungsworte spricht und er ist sogar real präsent in einer messe wo die laien die messe mit gestalten bis sie verunstaltet ist also auch bei liturgischen missbräuchen er ist größer als unser menschliches zutun um einmal das andere extrem in den blick zu nehmen das ist ein großer trost weil für uns dann auch deutlich wird dass die gültigkeit einer heiligen messe nicht davon abhängt es gibt gott sei dank die unterscheidung von gültigkeit und erlaubtheit natürlich ist es nicht erlaubt diese liturgischen missbräuche zu betreiben bestimmte dinge einfach eigenmächtig zu ändern in der liturgie aber das macht die messe noch nicht ungültig gott sei dank auch wenn wir als gläubige daran anstoß nehmen dürfen wir uns damit trösten dass es trotzdem eine gültige messe ist vorausgesetzt der priester tut das in der messe durch die von der intention her was die kirche also mit der messe intendiert beabsichtigt nämlich die wandlung der gaben also fragen wir uns was wir mit unserer gestaltungsfreiheit machen bezüglich liturgischen geräten aber auch gewändern selbst beim bau der kirchen das thema sakrale kunst ist wirklich das ist ein großes thema man könnte hier so viel über neue neu gebaute kirchen sprechen über moderne kunst in der liturgie und generellen kirchenräumen wo ist die grenze der ist des geschmacks ne der ästhetik wo wird die überschritten und so aber das mag in klammern fragen wir uns aber jetzt an dieser stelle wie wir reagieren in einer situation in der wir ausgeliefert sind so wie jetzt beim weltjugendtag wo wir die freiheit die gestaltungsfreiheit nicht haben ich denke da an ein junges mädchen das beim weltjugendtag war und das auch dazu dann ein post ich glaube auf instagram gemacht hat savannah ducic heißt sie und sie hatte davon berichtet als sie bei der anbetung war also an einem abend vor dem oder bei der begiel am abend vor der abschlussmesse am letzten abend des weltjugendtags und dann gingen die am zelt vorbei und sahen da jugendliche und dann haben die festgestellt in diesen grauen aufbewahrungsboxen die sie auch auf bildern wahrscheinlich gesehen haben ist der herr real präsent er ist da und sie hat ganz ganz großen anstoß daran genommen wie lieblos man mit den konsekrierten postchen umgegangen ist aber sie hat das nicht genutzt um rumzustänkern sondern sie hat sich hingekniet und den herrn angebetet sie hat die situation genutzt um sie konstruktiv anzugehen auch wenn ihr das herz geblutet hat und sie die sache an sich nicht bagatellisiert hat es war eine katastrophe und das hat sie auch verstanden aber sie hat wie gesagt die situation konstruktiv gelöst sie hat verstanden das ist wir sind jetzt dieser schlimmen situation ausgeliefert aber ist der herr deshalb jetzt weniger da nein umso mehr wollte sie beim herrn sein ihm beistehen in dieser situation und es gibt menschen die dann sagen ich hätte mich nicht niedergekniet weil dem herrn nicht das richtige aufbewahrungsgefäß oder kein tabernakel zur verfügung gestellt wurde ich gehe dann weg ich halte das nicht durch also ich halte das nicht aus und das wäre natürlich nicht die richtige haltung was ist denn wichtiger die aufbewahrungsbox oder der herr in der aufbewahrungsbox sich nieder zu knien und den herrn trotzdem anzubeten heißt ja nicht dass wir dieser sache zustimmen dass wir das ganze herunterspielen das bedeutet einfach nur dass wir bei ihm sind und das wesentliche nicht vergessen unabhängig von all diesen äußeren umständen das ist vielleicht zum abschluss nochmal so ein impuls für sie zum nachdenken was hätten sie gemacht in dieser situation hätten sie sich vor diesen grauen aufbewahrungsboxen hingekniet und den herrn angebetet oder wären sie weggegangen ich hoffe dass sie das dass sie meine gedanken meine differenzierung auch richtig verstehen und nicht als relativierung irgendwie jetzt missverstehen es ist absolut wichtig dass wir dem herrn das beste geben was wir haben und das beste sind natürlich unabhängig von diesen ganzen fragen welche liturgischen geräte benutzen wir wie prunkvoll sind die gewänder das aller wertvollste was wir ihm geben ist unser herz denn auch das legen wir mit auf den altar damit unsere herzen gewandelt werden wir sollen nicht beschnitten sein äußerlich sondern unsere herzen müssen beschnitten sein um es einfach mal alttestamentlich auszudrücken das können wir natürlich jetzt auch auf unsere situation übertragen denn er möchte auch unser leben wandeln und das beginnt alles mit dem herzen aber davon ausgehend ist alles andere ausdruck dessen was in unserem herzen welchen stellenwert einnimmt im rahmen der katechismus videos die ich demnächst übrigens wieder anfangen möchte habe ich schon mal über liturgie gesprochen hier können sie dieses video anklicken und hier sehen sie mein letztes video das ich hochgeladen habe bis zum nächsten video wünsche ich ihnen alles gute gottesreichen segen seien sie behütet und beschützt machen sie es gut erklärt und wenn